Mit der neuen Blott-Technologie Euro-Micro-Blott wird der Nachweis von Antikörpern mit Immun-Blots von Euro-Immun jetzt noch effizienter. Dank der miniaturisierten Blottstreifen können bis zu 96 Proben auf einer Mikro-Titer-Platte analysiert werden. Die Anzahl der Wells kann durch Abbrechen flexibel an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Das Mikro-Titer-Plattenformat erlaubt die vollautomatische Abarbeitung der Euro-Micro-Blots in ELISA-Geräten wie dem Euro-Immun-Analyser 1 oder der Euro-Lab-Workstation ELISA. Dadurch können Gerätekapazitäten voll ausgeschöpft und zum Beispiel Screening und Bestätigungstests in einem Lauf durchgeführt werden. Reagenzien können ohne zeitaufwendiges Umfüllen direkt geladen werden. Die Teststreifen werden anschließend mit dem kompakten Tischgerät Micro-Well-Imager ausgelesen und mit der bewährten Software Euro-Line-Scan automatisch ausgewertet. Die barcodebasierte Erkennung der Proben, Platten und Reagenzien gewährleistet die Rückverfolgbarkeit im gesamten Prozess.